Na, auch schon mitbekommen? König Lustig ist zurück. Stefan Raab bringt eine neue Sendung. Und zwar mit dem tollen Titel Du gewinnst hier nicht die Million. Bei Stefan Raab. Ulkig, ne? Los geht's ab Mittwoch, den 18. September, um 20.10 Uhr. Und zwar beim RTL. Aber Achtung! Nicht auf dem normalen RTL. Da laufen nämlich nur die ganzen anderen TV-Rentner. Stefan Raab gibt es erstmal exklusiv auf RTL Plus. Richtig modern. Über das Internet. Aber was ist RTL Plus jetzt schon wieder? Und wie kann ich das sehen? Um in die Welt von RTL einzutauchen, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Zur Auswahl stehen RTL Plus Basic, RTL Plus Premium oder RTL Plus Max. Die Pakete unterscheiden sich in Inhalten, Funktionen wie etwa Downloads oder parallele Streams, Werbung und den monatlichen Kosten. Immer mit an Bord ist TV-Streaming von Serien, Realities und Filmen. Bei RTL Plus Premium und RTL Plus Max erhalten Nutzer zudem Zugang zum Live-TV aller RTL-Sender. Ebenfalls immer dabei der Zugriff auf eine Vielzahl an Podcasts. Du bist noch unsicher, welches RTL Plus Angebot das richtige für dich ist? Dann kannst du zunächst über RTL Plus Free in den Streaming-Dienst reinschnuppern. Hier stehen ausgewählte Serien, Realities und Shows, aber auch vereinzelte Filme zum Streamen auf RTL Plus kostenlos zur Verfügung. Allerdings kommst du nur mit einem RTL Plus Abo in den vollen Genuss der kompletten Welt von RTL. Wir stellen dir auf DSL Web alle RTL Plus Pakete im Detail vor, inklusive Kosten, Laufzeit und aktueller RTL Plus Angebote mit vergünstigten Konditionen. Eine ausführliche Übersicht erhältst du auf www.dslweb.de. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kompetent, unabhängig, günstig. Wir sind deine Tarifexperten seit 2002.